Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's MOBA und ähm Wir spielen Arena in Smite und wir warten um... Gut gemacht, ich werde mich auf den Weg nach oben Äh... Was war das Emotisch? Hi! Oh, ich verlasse lieber so eine Gicht... Alter, wie der springt! Ja, ja... Okay, ähm... All der Toten... Ich darf nur eines Kinders... Statt 6 zu halten... Wer damit... Ah... Wir haben einiges umgestellt, wie es mir scheint... Im neuen Feld, ich muss die Patchen uns besser... Das ist mir der Bastard, aber ich will ihn tanken... Zack! Ich tank den, ich tank den meiner... Zack! genug getankt! Wir haben ein Stammbild! Nein! Nicht Stammbild! Böse! Nö, 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 das ist zu Hause Und der kann stunnen Und Dauer, äh Der kann stunnen, der kann rumwirbeln Der gefällt mir nicht, weil der Flächen ist Und, äh Vielleicht können wir den Assassinen da holen Let's be nice Boah, fuck Vielleicht sollten wir uns auch einfach verziehen, weil wir gerade Ha, nix da Haben wir gebaitet? Haben wir gebaitet? Ist der da drauf reingefallen? Hey Obst euch alle weg, kommt der her Fuck Keine Ahnung was die passive ist, aber Was soll's Oh ja, das ist die Ult Ah, ja war klar Das ist was Huuui Ha, 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 ha Eigentlich was witzig 3 zu 2 Oh, wir haben Auch million-technisch Führung gerade Das ist gar nicht mehr so schlecht Was, ich greife den an Ich greife den an Zack Das ist Gemein Das fand ich gerade nicht witzig Das ist nämlich das Das ist Count and rushes to his target. Ahja, also wir sollten... Wir sollten die Passive hochstacken, dann die Air drücken und einfach reingehen und alles pläten. Das ist ein Auto-Attacker eigentlich. Tuck. An ally did not go gently into the night. Ja, ne, ich bin tot. Ja, zweiter. Ja, ja. Vielleicht nicht mehr. Wann ab, putz! Oh, fuck. Okay. Okay, aber wir haben zwei aus dem Kampf rausgehalten. Das finde ich ganz witzig, dass die echt zur Zeit auf mich gegangen sind und mich nicht tot gekriegt haben. Und... Und... ... ... ... ... ... Der Stunt von dem sieht man mega aus. I really think I would give a fuck. Was? Oh, Mist. Wir sterben zu schnell. Wir brauchen defensiv. Wir sind zu schnell tot. Das ist unangenehm als Krieger. Wollen wir nicht. Was ist denn eigentlich, wenn ich den jetzt Einsatz bin? Bei null. Das tut ja gar nichts, ne? Hallo. Das war dumm. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Ich hatte den Minion. Nein. Okay, wir müssen echt hingehen und... ...deffensiv stecken. Wir sterben zu schnell. 3 Tote... Nein. 1,3,6 ist nicht akzeptabel. 2,3,6 ist auch nicht akzeptabel. habe. So. Da gibt's da Minions. Du bockst mich einfach weg, das ist so... Das ist ein Wild, da will ich nicht drin stehen. Das mag gar nicht. Ja, da sind welche durchgekommen. So. So. So haben wir einen Abgang, weil... Der gerade echt auf die Fischung kommt. So. Der Henker. Könnten wir uns leisten. Der Henker. Könnten wir uns leisten. Aber ich will mir den holen. Und ich will anfangen... ...den da zu holen. Ja, wir sollten den 1600 mal fertigstecken. Kaufen, aber... Passt schon, passt schon. Keine Sorge, ich weiß... Was ich... Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich wollte euch versichern, ich weiß, was ich tue. Aber das wäre gelogen. Das wäre eine riesen Lüge wäre das. Ja, du hast keine Überkraft... Alles super. Passt schon. Enken! In der Arena! Vergebt euch! Ich setze mich nur mal ein bisschen hoch. Ja, du hast keine Überkraft. 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 Sack. Easy. Ach, wir haben jetzt 3 in Folge getötet. Haben wir den? Ja. Aua. Der Mongo fritt mich ein. Hey. Ach, lol. Ach, ist das schön. Ähm... Ja, wir sind die Linker. Der macht dann nicht physische... Pf... 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 Ja. Physische Durchdringung. Ich kann nicht reden. Oh mein Gott, das nullt! Oh, der schmeißt die raus! Geil. Wo willst du runterkommen? Mach ran! Hey du! Wupp! Wupp! Hey! Findest du das witzig? Ja? Was ist mit dir? Findest du das witzig? Jetzt zieh die mal raus, bitte. Sack! Sack! Kongo so... Aaaaah! Etwas will mich holen. Etwas, das ich nicht mag. Aaaaah, Aaaaahm... Aaaaahm... Ach, Aaaaah... Aaaaah, Aaaaah... Aaaaah... Aaaaah, passt schon an. Aaaaah... Aaaaah... Ach, ist eigentlich gar nicht schlecht der Charakter... Ach, klar... Ach, ach... 23 Ketten! Alter! Hahaha Also... 21 war die Passive Ah, das ist überhaupt die Passive Ich... 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 Combo-Chain... Align... Okay Huh? Wollt ihr denn... Kann nicht wahr sein Du, Mongo-Chain... Der wird ziel ab Bauer Nein, nein, nein Nein, 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 nein Ah, ich bin bootet Team Danke Was ist los mit dir? Do I look like a sissy? Das sieht aus wie jemand und Kara sieht einen Schädel Aua Wurde ich gesilenced Zum Sprech Zack Kannst du nicht so viel boxen wie du willst Ich box mehr Ah, 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 ah Deicide The Knight Has swallowed them all So Easy Scheint wir mal ein bisschen drin Haben ein bisschen alles gebrochen Haben alle einfach Es ist kassiert Ähm Ich glaube Wir verkaufen dich Wir können uns den leisten Wir können uns den leisten Easy Easy, my friend Ja Komm, 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 komm heran Oh Ich dachte, wo kommst du näher? Wup! Ja Oh, Jackstun Oh, fuck Wir müssen hier raus Wup, 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 wup Nein, 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 nein Du Folge Wup! Wup! Oh 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 Stark Ey Erst dann Ah, du da Du brauchst Hilfe Komm Was Oh Das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Komm ran, Junge Äh, ich glaub, ja Ja Ja, das ist der Ja Oh mein Gott Komm, du passt das noch rein Ja! Ja! Hehehehe Kein Ding, Bastard Kein Ding Passt schon Wir sind dieses Wir sind knapp 100-Mont-Entführung Das ist okay Wenn ich da wegkomme, wäre ich schön gewesen, aber Die Minions weg Der Meter Scared? Ha 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 Was? Kapott Sack Nö Du brauchst dich an mich an Ha 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 Ja Fuck, ich wollte flunkieren von da Aber ok A comrade has fallen Ja, ja Ja Joxon you Joxon Oh Ich wollte rein gehen, nur mit meiner W Ja Oh mein Deus Gein Ding, Gein Ding Ciao Danke zack hab ich vielleicht nicht abbekommen aber egal zack wenn die Händen wegkloppen zack Lichter zack ja ok 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 das ist doof das sind zwei Olds und ein Stunt schade oh man oh ich freue mich schon wenn ich das 1600er da hab endlich dann wird's richtig witzig weil ich glaub das erreiche ich nicht mehr also wir hatten ziemlich bescheidenen Schad würde ich mal sagen aber jetzt Respekt Respekt kann ich irgendwo gucken wie viel die A die ich hab oder sowas ja da so kack ok Schutz ist jetzt nicht so brauche ich das an 1 7 von 2 5 11 durch Sprengung und 50 durch Sprengung Aktienzerverringung ist ok alles klar super also das ist du strong hallo hallo stay here would you please stay here yeah easy gewonnen ok 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 ähm jetzt haben wir diese Folge gelernt Ravanna OP ok ich bedanke mich fürs zusehen und äh wenn die Endcard jetzt da ich bedanke mich fürs zusehen bis zum nächsten Mal hau draus ich bedanke mich was ich bedanke mich